An alle Girls, das ist der Steckbrief von dem RDK. Ne, keine Ahnung, das ist scheiße, man. Ich weiß nicht was. Was willst du, du willst es so, dass du nicht schreiben kannst, oder was? Willst du bezwecken? Hallo Girls, ich bin er. 1,82 groß, 60 Kilogramm schwer. Vielleicht auch ein bisschen mehr, doch das tut dir nichts zur Sache. Ich rauche viele Kippen, aber trinke keinen Kaffee. Was ich sonst alles so mache, möchte ich euch noch nicht verraten. Habt ihr lange braune Haare, habt ihr schon mal gute Karten? Ihr solltet Lust haben auf weggehen, wegsehen. Wenn die Jungs beim Pep nehmen, mischen mit den Eckzehen. Ich bin ausreichend gebildet, sehr charmant und tolerant. Im Musikgeschäft bekannt, rauche abends einen Blunt, bin dann vollkommen entspannt. Wenn ihr müde seid und Kopfweh habt, sag ich nicht Nein zur Hand. Also ruft jetzt bitte an oder addet mich im Netz. Dann zeig ich euch ein paar Pics von meinen ziemlich dicken Taps. Das war's von meiner Seite, alles andere liegt bei euch. Und jetzt muss ich kurz pissen, weil es fast schon runterläuft.